Ex-Weltmeister Sami Khedira hat beim erfolgreichen Champions-League-Auftakt mit Juventus Turin eine Zerrung im linken Oberschenkel erlitten. Das gab der italienische Rekordmeister am Donnerstag bekannt. Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Der 77-malige Nationalspieler war am Tag nach dem 2 zu 0, 0 zu 0, beim FC Valencia in Turin untersucht worden war. Wie lange der 31-jährige ausfällt, teilte der Verein nicht mit Juventus. Emre Ken ersetzte Sami Khedira in Valencia. Khedira war an der spanischen Ostküste in der 23. Minute verletzt ausgewechselt worden. Für ihn kam Emre Ken in die Partie. Für den Aufreger des Abends sorgte Superstar Cristiano Ronaldo, der von Schiedsrichter Felix Brüch, München, wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen wurde, 29. Trotz der folgenden Unterzahl setzte sich Turin dank der Elfmeter-Tor von Miralem Pjanik, 45. 50. durch. Mehr zu Sami Khedira und Juventus Turin. Mehr zu